Hallo, ich bin der Julius von Memodo und das ist mein Kollege der Ludwig und wir haben euch heute dieses Schmuckstück mitgebracht, die Tesla Powerwall 2. Die ist mit ihren 114 Kilogramm nicht ganz leicht, deswegen steht er zur Sicherheit noch mit dabei. Die Tesla Powerwall hat 13,5 Kilowattstunden Kapazität, hat einen fest verbauten AC-Wechselrichter, einphasig und wir können bis zu zehn Tesla Powerwalls parallel schalten. Immer dabei ist das Backup Gateway von Tesla, Backup Gateway 2, da sind die Anschlüsse und die Umschalteinrichtungen für den Speicher und die PV-Wechselrichter verbaut. Dazu liefern wir auch immer noch drei externe Messwandler mit, die werden an die PV-Wechselrichter angeschlossen und ihr könnt mit der Tesla Mobile App das komplette Monitoring vornehmen. Mit dem Backup Gateway 2 von Tesla ist das ganze System notstrumpfähig und denkt dran, wenn ihr die Tesla Powerwall installieren wollt, müsst ihr euch bei Tesla zertifizieren lassen. Das könnt ihr ganz einfach bei uns im Webshop machen, da findet ihr das passende Formular. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.